ok durchschnaufen also heute ist es ein bisschen anstrengend für mich ist mir geht die pumpe total jetzt gerade also es ist auf jeden fall interessant mit dem ihr habt schon gesehen was ich meine mit den kilos weil das ist nicht normal so gut ich würde sagen wir warten auf jeden fall mal ab jetzt bis es wieder tag ist weil ich bin definitiv des tages lieber unterwegs wie das nächtens da passt ja auch so einiges rein ich würde aber sagen dass ich mein geld hier drin lass in dem schrank da ist es ganz gut aufgehoben da ist alles beieinander ich tue ich wieder raus koffer kann ich ja dann hier ganz easy sammeln so passt warte mal du kannst den da auch rein tun das ist egal brauchen wir nicht ansonsten habe ich glaube ich hier keine rumfliegen ok gut dann haben wir halt dann hätten wir so einige von den großen die wir beliefern müssen und wir müssten dann eben noch in dem in dem bezirk 2 und umschauen wegen dieses zeichens also wegen dieser nach kerze da bin ich mal gespannt ich denke dass ich sehr viel sprain werde um hier mal den ruf nach oben zu bekommen dann können wir nämlich hier hinten die zwei dinger noch frei schalten dann renne ich nicht immer wie blöd durch die gegend mit meinen dosen und versuche hier wände zu besprühen obwohl es nicht geht ich merke mir einfach nie dieses gebiet also ich merke mir einfach nie wo kann ich jetzt sprühen und wo kann ich nicht sprühen wird mir auch manchmal ein bisschen angekreidet dass ich das immer nicht check aber ganz ehrlich ich kann mir jetzt nicht jede straßenecke oder ich will mir nicht jede straßenecke merken irgendwann habe ich das alles frei geschalten und dann ist es sowieso wurscht wo ich sprühe jetzt aktuell ist es halt hier alles ein bisschen rot ich habe im übrigen das kokain noch mal um zwei dollar nach oben gehauen das heißt ich werde dann auch mal die leute hier versorgen das wäre glaube ich immer ganz interessant dass man ein bisschen zeuglos bekommen hier 33 pixi und hier auch noch mal 37 schnee wollte ich auch mal probieren bestellung bestätigen weil das ist jetzt alter marktplatz ok weil das ist jetzt alter marktplatz ich wollte das mal testen ob die jetzt abhauen oder nicht weil es geheißen hat es könnte sein dass die länger stehen bleiben und im grunde wirklich nur diese kleineren junkies dass die abhauen und verärgert sind aber eben nicht meine meine dealer sollte man mal ausprobieren ich bin mal gespannt ob ob das jetzt klappt oder nicht so ich gucke mal ein bisschen raus mal abwarten wie spät haben wir es jetzt hat 1 38 bin ich jetzt mal gespannt ob das jetzt hinhaut oder ob das nicht hinhaut so da haben wir jetzt dann gleich wieder eine aufgabe bekommen von labellana 27 mal das geht echt schnell ich habe noch nicht einmal eine neue bestellung abgesetzt und schon ist das hier okay wir haben ja eh noch nicht mehr so weit wir haben jetzt kurz vor sechs wir könnten mal ganz kurz die zwei hier beliefern 33 und die 37 das können wir mal ganz kurz machen ich hoffe jetzt nicht dass die hier entlang kommen was wolltest du 33 das gefällt mir natürlich sehr gut die waren die kunden warten jetzt ist natürlich das hier alles ein bisschen anders verpackt so wir haben ein bisschen respekt aufgebaut okay aber labellana will jetzt schon 27 hammer 27 pack halt du wolltest das halten wir sollen die erträge holen der müsste eigentlich auch hier gleich stehen der achte steht da vorne der steht hier vorne da wo die ja okay da steht in dieser gasse hier drin und da sein mit die gänglieferung hinbringen ich meine die gänglieferung ist natürlich genial ist jetzt ja dann nur die frage wo wird eddy sein zeug hinbringen wenn ich das bestellt okay wir müssen sowieso drei stunden warten also machen wir mal folgendes ja das habe ich gelesen dann eddy wir machen eine neue bestellung neues angebot bestellen 18.000 haben wir jetzt schon die möglichkeit also könnte ich glaube ich gehen auf 700 jawohl das passt 700 können wir bestellen komm sag was drei stunden blablabla nachricht als gelesen und dann gleich geld für das kartell liefern das sind die 17,5 so koffer habe ich in der hand das heißt wir schnappen uns hier mal 20.000 ja das ist schon immer noch faszinierend so dann bringe eddie das bargeld aus den deals das machen wir natürlich wie spät 6 vor 31 im grunde wäre es jetzt blöd wenn sie mich erwischen aber ich könnte es nicht verhindern doch ich kann es schon verhindern wenn ich richtig laufe da hinten läuft keiner das waren nur die zwei streifen hier vorne da weiß ich nicht ob die mich sehen schade dass man da hinten nicht durchkommt wenn es jetzt dann e7 ist dann wird es egal sein ob ich dann mit geld rumlaufe oder nicht 6 40 20 minuten noch trotzdem nichts riskieren weil solange ich in der sperrstunde bin und erwischt werde komme ich in knast zahl keine ahnung 50 euro 100 flocken und das muss nicht sein entweder laufen da zwei ja da laufen zwei da laufen sogar mehr da laufen sogar vier also zum eddie brauche ich jetzt gerade im moment nicht gehen das ist einfach ein wenig zu diskant und wir haben nur noch ein paar minuten also wir haben zehn minuten noch die sollten jetzt einfach mal abwarten vielleicht finde ich in dem rohr da drüben wieder meine wasserflasche ich bin voll alles klar die laufen mal wieder an der mauer entlang wie ist es eigentlich wenn die mich kontrollieren gerade in dem moment wo die polizeistunde aufgehoben ist ich habe schon wieder diese hänger ehrlich leute dass es macht im grunde so keinen spaß wenn ich die ganze zeit dieses geruckel habe das sage ich euch so eddie wir werden uns jetzt gleich dann noch mal sehen danke ich bin nur dumm gewesen dass ich das geld ähm im marktplatz gelassen habe aber habe ich da oben auch noch geld meine güte ich hoffe die fixen das weil das ist kein kein zustand so da habe ich noch eine kokain drin warte mal ich tue mal das geld ganz kurz hier in den schrank dann hätte ich nämlich hier erst einmal eine leere tasche einmal zu den ganzen anderen leeren taschen du bist leer da könnte geld drin sein 533 da oben sind so viel ich weiß nur spraydosen und wasser drin ne da sind die wasserflaschen drin ok moment du kommst wieder oh schön du kommst wieder da drauf ansonsten da habe ich spray ne da habe ich nichts drin und der koffer hier vorne ne da habe ich 26 mal 50 gramm drin ähm ok das ist natürlich nicht schlecht ne das ist natürlich nicht schlecht und warte mal dann nehme ich nämlich den koffer mit ich tue allerdings gleich mal hier die paar kröten die ich da drin habe hier raus dann kommst du hier mit drauf auf den stapel dann schnappe ich mir den koffer gebe ich 26 dann schnappe ich mir mal das geld was hier drin ist plus nochmal den 50 gramm dann hätte ich schon mal 27 wie viel muss ich liefern 27 ok das haut mich jetzt ja gerade um weil ich habe an die 27 gar nicht mehr gedacht ich habe ich habe da wirklich nicht dran gedacht ich habe ok ist aber in ordnung weil wir müssen ja dann sowieso zum marktplatz copy copy ok die laufen natürlich da wieder zurück solange jetzt hinter mir keine kommen ist mir das egal ich mag das halt irgendwie viel lieber wenn ich wenn ich was sehe wenn ich mir das nächtens hier weil da muss ich halt da werde ich definitiv kontrolliert da habe ich halt keine chance tagsüber kann ich immer noch das glück haben das ne halt warte mal das war auch wieder direkt hier in dem container dann bringe ich das doch mal ganz kurz da weg dann können wir nämlich einiges bestellen jetzt beim eddie das ist natürlich schon cool so zum einen ja wird das geld hier erst einmal reingepackt dann haben wir 18.000 das ist cool dann können wir 17.500 warte mal 17.500 ich muss den koffer eh da lassen aber bei eddie muss ich auch wieder geld ab jetzt geht wieder alles ein bisschen durcheinander moment wir einmal bei gustavo zack wir haben ein meeting bitten alles klar ja ist in ordnung eddie haben wir schon gesagt geld für das kartell liefern angebot kann ich aktuell erstellen von daher würde ich würde ich sagen machen wir das gleich nochmal nochmal mit 700 hinzufügen bestellung geld für das kartell jawohl als gelesen markieren dann schmeiße ich nochmal ein bisschen geld hier rein und zwar nur ja so knappe 500 600 irgendwas sowas genau 17.700 das passt dann schon dann können wir jetzt erst einmal vor zum eddie so da brauche ich jetzt auch nicht speichern weil ich habe nichts einstecken wir rennen einmal vor zum eddie bezahlen ihm sein geld laufen zurück laufen zurück um eine weitere bestellung zu machen und eddie dann gleich zu sagen hey wir haben geld für dich ja jetzt so langsam sollte ich deine ausdauer mal nach oben pimpen ne ok weg hier danke so das stecken wir uns in die hosentasche so ich gehe auch hier wieder hoch ich schmeiße einfach den koffer mal dann in die ecke und macht dann gleich noch mal die bestellung beim eddie so also koffer leer koffer weg schwupps ja auch egal einmal eddie bitte neues angebot erstellen kokain zwar echt dicke bestellung hier hinzufügen bestellen geld für das kartell liefern jawohl nachricht als gelesen dann ja ist in ordnung dann wir sind leer sprich wir gehen einmal zu unser leute das ist wenn das nicht rutscht wenn das nicht nicht flutscht so wie ich möchte dass es flutscht dann ist das abartig ich weiß aber nicht woran es liegt also die ich habe die performance probleme zum beispiel in der kanalisation weniger so wir haben hier 52.000 alter da läufst du wie ein alter nasser sack ne das ist die warte mal geh mal in den charakter skill dingsbums hier schneller und ja ich mache erst einmal stamina ein bisschen mehr ausdauer ja dann warten wir halt das mal ab weil ich möchte jetzt ja dann bei diesem vollen geld koffer ja ist in ordnung ihr könnt ihr schafft es ja noch einmal still zu stehen ja ja ihr mich auch so wir gehen einmal eddie geld geben dann wieder zurück ich weiß nicht ob der koffer verschwindet wenn ich den jetzt einfach mal da stehen lasse eddie hallo ja ich habe das für die hier 17.500 ist es nicht toll sondern läuft sich schon ein bisschen leichter noch auf 300 einmal hier hoch einmal am rechner tja eddie wohnt halt nun mal da in der ecke ne so neues angebot erstellen er hat immer noch 18.000 so 700 grams hinzufügen bestellung geld für das kartell liefern alles klar wie spät haben wir es jetzt eigentlich ok bringe das bargeld aus den deals die haben ja noch nicht einmal abgeschlossen aber normalerweise müsste ich jetzt hat ja ja genau noch zwei lieferungen kann ich auf jeden fall bestellen so zack hier ist es danke eine hin und her in der rei oder aber gut wir haben eine wirklich dicke lieferung jetzt dann und wahrscheinlich und wahrscheinlich habe ich dann auch gleich wieder eine richtig dicke bestellung aber das ist gut so dann also wir haben jetzt im grunde noch für einmal das geld und dann noch mal eine bestellung so eddie ja ja ist in ordnung neues angebot erstellen kokain 700 so hinzufügen bestellung geld für kartell eigentlich wo haben wir es denn jetzt hier solange die mich jetzt nicht aufhalten ist mir das wurscht gerade im moment habe ich ja nichts einstecken hast du etwas für mich hier ist es so und jetzt können wir quasi noch eine bestellung machen die wir halt dann nicht zahlen noch nicht aber am interessantesten ist natürlich jetzt dann wo wird die lieferung hinkommen wir haben jetzt wie spät 9 uhr das ist doch perfekt dann ist um 9 10 11 12 um 12 haben wir dann im grunde die auslieferung neues angebot erstellen coca 700 zufügen bestellen so ich kann dir zwar noch kein geld geben aber ich mache schon mal geld fürs kartell du hast jetzt gefälligst draußen vor der tür zu warten bis ich komme ja ist in ordnung coca gustavo wird wahrscheinlich noch eine zeit lang brauchen so geld mäßig jawohl so will ich das der zieht mir das immer erst aus der hosentasche raus ne das geld der eddie so ich würde sagen ich nehme mir mal keine ahnung wie viel koffer kann ich denn mitnehmen vier die nehmen eigentlich am wenigsten platz weg wenn ich sie in irgendeinen schrank rein tue oder hier war ja auch schon mal der vorschlag die einfach hier rein zu schmeißen ne ich könnte ja normalerweise den einen koffer warte mal ich habe ich habe einen koffer den kann ich füllen mit koffern wow lauter leere koffer neun stück an der zahl da würde sogar noch mal einer gehen habe ich zufälligerweise noch einen ich kann die kleine tasche da hinten noch mit reintun dann hätte ich den ganzen schmonz in einem einzigen koffer drin und du wanderst jetzt hier rein hallo ich wollte dich in die dusche schmeißen ah unsichtbare wand alles klar dann lass ich dich halt da liegen ist mir egal so cool so dann schnappe ich mir nämlich den kleinen der reicht mir aktuell hier habe ich nichts weiter stehen hier habe ich halt noch ein paar bröbchen rumliegen könnte ich jetzt eigentlich mein geh raus da die könnte ich verdammt naja weil wir mit f aufheben und mit f den den tisch aktivieren dann bin ich dann doch ein bisschen zu schnell wieder mit dem drücken so euch möchte ich mir nämlich alle mal schnappen 15 15 pröbchen die wir an den mann bringen können boah da bist du so schnell auf einmal so da höre ich funk da höre ich keinen schau mal ob ich ein paar fragezeichen sehe schau mal ob ich ein paar fragezeichen sehe so was willst du ich habe ein geschenk für dich die jogger wollen nix sonst ist vorbei mit joggen aber ich glaube da hinten haben wir in stink immer noch etwas was mal schauen hallo fragezeichen irgendwer von euch keine keiner echt jetzt keine keine frage ok das ist jetzt natürlich blöd das ist das servicela wir hier noch jemanden finden ansonsten gehe ich mal rüber nach nach kennel Okay Da ist jetzt keiner mehr Dann gehe ich mal hier außen rum Da hat irgendwer gemeint, dass man Ja, aber hier habe ich nie jemanden rumlaufen Außer Cops Außer Cops habe ich hier nie jemanden rumlaufen Schauen wir mal Da haben wir eine neue Bude Das Ding gehört ja uns auch Ich habe ja alles, glaube ich, gekauft mittlerweile So Bitte keine Cops So Jetzt bin ich gespannt Und zwar Ich würde jetzt gerne mal Die Tasche da her schmeißen Ein bisschen mehr Ein bisschen mehr da Ja Und ob ich die jetzt abgreifen kann auf der anderen Seite Das wäre jetzt interessant Wäre wahrscheinlich auch für euch interessant Servus Nein Oh Mann, jedes Mal Das ist Man müsste eigentlich dann schon mal Passierschein bekommen Von denen Also hier könnte es sein, dass man durchgreifen kann Außer die haben das natürlich mittlerweile gefixt Das kann auch sein Ansonsten Ansonsten Habe ich sie hier So Ja Geschenk für dich Alles klar Ist das cool Schauen wir mal Ob wir noch Leute finden Kann das sein, dass Weil das Ding ist mir ja schon mal aufgefallen Da könnte es sein, dass das eine von diesen Verstecken ist Lass uns mal hier gucken Ganz kurz Weil wenn man Hier tatsächlich eine Kiste hat Dann sollte er unten Eben Da ist ja diese eine Box Die hier in der Ecke Genau Ach das blöde Handy Ja das Müssen wir uns einfach mal ein bisschen umschauen Hier des nächstes Das werden wir das nächste Mal auf jeden Fall machen Hast du Fragezeichen oder habe ich dir schon was gegeben? Ich glaube dir habe ich schon was gegeben Du hattest jetzt kein Fragezeichen Aber wir sind zumindest schon mal hier an dem Punkt Wo wir das letzte Mal waren Das ist doch schon mal cool So Leute Damit würde ich sagen Machen wir jetzt erst einmal Fini an der Stelle Ich denke Oh wow Ich denke dass ich Ja Das nächste Mal dann eben mit euch Hier nochmal mich ein bisschen umschau Und vielleicht diese Zeichen finde Das wäre ganz toll Ich war jetzt nicht heute schon wieder so Drin Irgendwie Naja gut Ich hoffe jedenfalls es hat euch gefallen Lasst mir ein Like da Lasst mir Kommentare da Und dann würde es mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid Insofern macht es gut Habt noch einen schönen Tag Schönen Abend Schönes Wochenende oder was auch immer Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss kit م ид con també iamo int Bis zum nächsten Mal.